Willkommen zurück zu Dead Rising 2. Genau. Er kann denn langsam. So, jetzt. Hör mal, ich mach zuerst. Das ist das Epischste, was man sich bauen kann. Warte, ich brauch ne... Ich nehm mal die Autobatterie. War hier nicht ne Autobatterie? Jetzt bin ich richtig epic. Das hast du denn. Da musst du gucken. Ein episches Schwert. Drill-Motor? Nein. Guck. Bier, was kann der? Ja, ich kann dick saufen. Box of Nails. Ne, das brauch ich nicht. Wär geil, wenn das so nach und nach Zeit... äh, 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 ähm, Gesundheit voll machen würde. Immer so ein Herz. Ach so. Mach das nicht. Ich glaub, irgendwann fängt er einfach an zu kotzen. Und ich sauf das jetzt leer. Da bist du besaufen. Ach so. Ja, das bringt mir 150. Und Gesundheit. Ich kann das einfach trinken, wenn ich Maustaste drück. Ach so. Wie geil. Ja, genau. Was ist das denn? Die Superkreissäge. Warte, dann lass mal was anderes machen. Äh. Guck mal, da steht einer. Dieses Art... ...Approgation. Aua. Oh, warst du mit drin? Ja. Oh, WTF. Sagst du halt der Dings auch immer, ne? Wer? Der Manu, WTF. Oder macht er halt ne mehr? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mal auf, da rumzuheulen. Der heult hier voll. Geh dir selber Klamotten kaufen. Kannst durch. Ja, vor allem, ich weiß auch gar nicht, wie ich dir was geb. Du nimmst was und hast da noch direkt an. Ja, eben. Aber vielleicht liegt da ja was Bestimmtes. Oder musst du Frauenklamotten anziehen. Weißt du, was noch viel geiler ist? Ich hab jetzt meine Uhr irgendwie nicht gestartet, obwohl ich gedrückt hab. Zwei Minuten zwanzig haben wir schon. Oder mach ich bei siebenzwanzig. Zwei Minuten zwanzig. Ja. Nach rechts. Warte, hier, guck mal. Ja, warte, ich fahr mit. Aber damit das auch authentischer rüberkommt. Ey, ich wollte fahren. Ja, warte, der hat meine Säge weggeschmissen. Dann fahr du. Oh toll, der zieht halt einfach aus. Ja, ich bin der Zombie-Perzer. So. Bis zu euch. Boah, kannst du dir auch durchschneiden, denn der Mitte ist geil. Hier werden Zombies geklatscht. Kommt. So, jetzt wäre alles weggesicht. Ich fühle mich hier die ganze Zeit überfahren. Oh, das Ding ist explodiert. Oha. Muss laufen. Boah, geil. Ich fahr auch mal langsam, was er echt. Naja, obwohl, ich glaub, ich hab noch einen O-Sack. Der gibt mir hier Headshots, die müssen hier weg. Komm. Er töte uns. Oh, warte, ich komm. I'm coming. Schneller. Nein. Jetzt. Jetzt müssen wir mal wieder einen retten hier. Oh, wie viel Psychos hier rum jetzt laufen, ne? Hier rum jetzt laufen. 30 Stück, die sich alle verabredet, die Säcke. So, warte, soll ich hier auf die Lampen drauf? Man braucht mal jetzt noch gar nicht. Ich geh jetzt einfach mal dahin, wo ich hin soll. Voll dumm. Sobald du auf deine Uhr guckst. Na, ich will den Koffer nicht. Der lässt du die Waffe fallen. Nicht. Kacke, ist das denn? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Boah, mein Fisch. Boah, mein Fas. Wenn ich jetzt einen rohen Fisch esse, muss ich kotzen, ne? Ja. Ob schon. So, ich bin am Ausgang. Boah, die gehen mir so auf den Sack, ne? Hast du schon die Messages geguckt? Nein, noch nicht. Ja, genau. Bam. Bam. Und zack, voll in die Fresse. Yeah, ein Cocktail. Komm jetzt. Wo bist du? Ach, da. Ich hab mit dem Superkick jetzt gerade zwei auf einmal weggetragen. Gibt das Bonus? Nö. Gibt nur Doppelpunkt. Jetzt hab ich drei getroffen. Ich hoffe, auf, nicht zu schießen. Ich versuch mal in die... Oh, Entschuldigung. Nein. Ich bin anheben gejumpt. Was los? Oh, meine normalen Waffen sind, glaube ich, gleich alle. Ich hab nur noch Scheiße mit. Habe ich nur den Heli? P.P.A. Nö, den Heli hab ich nur mehr Scheiße. Toll, dafür finde ich gleich ne Machete. Pass auf, was ich sag. Ne Machete. Machete. Ich brauch Speer. Achte auf Speer. Peng. Hauptsache, ich treff keinen. Den Sprungknopf gedrückt halten, oder welcher ist das? Ja, ne, ne, einfach springen und dann linke Maus, dass du gedrückt halten. Ach so. Was war da immer? Man braucht Benzin, ne? Für Flammenwerfer. Äh, ja. Benzin und Wasserpistole. Genau. Da ist nur Schmuck. Boah, ich hab nur noch die Boxhandschuhe, glaube ich. Naja. Ist aber nix gut. Ja, wo ist der B-Nuttle-Bazy da? Was machst du denn da? Aua. Ja, auf der abprallt, ne? Was denn? Der Fußball. Boah, jetzt war zu essen. Geil. Los, Brenne. Guck mal, hinterm bist du eigentlich sicher. Wir warten erst, bis die Tochter kommt. Ja, genau. Bis die Rettung kommt. Die Tochter. Let's play hinterm Tresen. Let's play Barkeeper. Ja. Ja, gibt ja bestimmt. Boah, hier ist alles in Arsch. Also, die baue ich mir nicht mehr, die Handschuhe. Ach, die Feuerdinger? Ja. Eigentlich sind die ganz gut. Guck mal, hier ist der Randolph, der ist am Heulen. Ah, da müssen wir auch hin, ne? Oh, jetzt sag ich nix mehr. Hey, buddy, are you okay? Hilfe! Blablabla, listen, I'm sorry about that. Blablabla, blablabla. Blablabla, please don't go. Ja, komm, es läuft nicht. Blablabla. Ja, der geht voll auf den Sack, der soll jetzt laufen. Der will Geld? Ja, der will 3000, ja komm. Komm jetzt. Komm mit mir, Schmidt. Bam. Den müssen wir zurückbringen, ne? Wie, der kommt gar nicht mit? Ich hab' mir jetzt einfach 3000 gegeben. Toll. Das hat jetzt hergebracht. Doch, jetzt? Cool. 20.000, geil. Wo bist du? Hier. Ja, genau mit dem Teddy. Ja, komm. Das hat letztes Mal nur dir was gebracht, ne? Ja, uns beiden. Sicher? Und wir müssen die Rolltreppe runter, ne? Ich glaub schon. Wo müssen wir denn her? Ich weiß, es ist nicht. Hier ist der Shop. Ich gucke eben. Ich war grad am Runterspringen von ganz oben. Ach so. Ich schmeiß mich gerade über das Geländer. Jawoll. Oh, keinen Schaden gekriegt. Geil. Also gerade durch, folge mir. Ja, die Behinderten hier, die gehen mir voll auf den Sack. Geht weg, ihr Rentner. Ja, aber brauchst du nicht machen. Boah, da gibt's bestimmt nen super Bonus, wenn ich das Stoff, die da hinkrieg. 30 Milliarden, vielleicht krieg ich ja auch nochmal eins. Unterwegs. Vielleicht sieht man ja irgendwo eins rumliegen. Da ist Wodka. Ne, ich brauch was Brennbares. Wodka brennt auch. Aber nicht der handelsübliche. Da brauchst du schon den richtigen. Jetzt sag ich mir so ein scheiß Kostüm an. Ich wollte eigentlich irgendwie so ne Actionfigur haben. Ach so, mit dem Strampler. Ja. Freut sich das Kind. Ja, normal, gibt auch nochmal Punkte. Warte, nicht sofort drücken, ne? Warum nicht? Warum, weil der Typ noch hier ist. Der Typ ist früher an der Tür als du. Also vom Durchgehen. Ich hab mich auch zurückfallen lassen. Damit der nicht einfach wegbleibt. So. Stick to me. Wo lang? Komm geradeaus. Sag irgendwas, kein Plan. Geradeaus. Ja, einfach mal. Dahin, wo man meint. Toll, und gleich sind wir falsch. Ja. Zehn Minuten in die Richtung dahin, wo man meint gelaufen. Hier ist der Kattdelfin. Ey, wo ist denn hier mal ne Tür? Oh, hier ist eine. Ist das die? Geh einfach mal durch. Ist er da? Ne, warte mal nicht. Jetzt. Boah, war aber knapp. Mein Kuscheltier. Oh, oh, guck mal. Was passiert? Ja, guck mal, wo wir sind. Ach so, ja. Unbelievable. Müssen wir schnell durch. Ist nix gut. Warum lädt so lange? Ah. Auch Mist. Gerade auch auf dem Platz hier, ne? Ja, wo müssen wir langen? Ach hier, warte. Ja, ich glaube, wir laufen direkt mal in die falsche Richtung. Ich gucke mal an Meep, oder? Hm? Meep einmal gucken. Ähm. Ich glaube, ich laufe genau falsch. Wir laufen beide voll falsch. Ja, pass auf, ist richtig. Der steht genau da auf dem Dach. Wir laufen jetzt einmal rum um diesen Speicherpunkt und gehen dann durch die Tür. Ach da, ja. Jo. Boah, ich glaube, komisch, ne? Dass keine Zombies auf der Wiese laufen. Ich glaube, die haben Angst vor Wiese. Ach, Wiese lebt. Boah, Mist. Da kriegt den Teddy ja nie durch. Boah, der Typ, der läuft voll armarschig. Armlarschig, würde ich schon sagen. Hilfe! Mein Teddy. Geht weg, ihr Säcke. Lasst uns durch. Nein. Mein Teddy. Boah, wie geil ist das denn? War nicht hier. Kann man da rein? Ne. Oh, komm schnell. Wieso? Ne, jetzt die Tür. Wow. Der sackt, der ballert auf uns. Oh nein. Mist, ich hab den angebohrt. Oh nein, ich hab den Typen geklatscht. Warte. Komm, ich sag beide da. Oh, nee. Doch. Ich hab grad die Weste auf den Boden gehauen. Ich wollte den Teddy. Ja, dann sagt das doch. Liegt der Teddy noch da? Warte. Ich hoffe. Wenig. Wir müssen uns sowas auch sagen. Ich dachte, du bist da voll am fighten. Nö, ich bin direkt durchgerannt. Ich wollte keine Hitshots kriegen. Jetzt ist der sowieso weg. Pass auf. Ne, wir waren nur direkt da wieder. Bis Gunde. Oh, moin. Lass zurück. Ja, genau. Na, ey. Ich glaub, die Kills hab ich trotzdem gekriegt. So. Follow me. Follow me. Let's go. Wie viele Kills hast du? 154. Na, ist doof, dass der mal bei dir bei neu anfängt. Wie viele hast du jetzt? Über 2000? Ja. 2400. Ja. Ich freu mich schon, wenn wir wieder neu anfangen müssen. Wir können wieder Würfel, wieder alle Teddys hinbringen, wieder die ganzen Leute zurückbringen. Ne, wir müssen nicht neu anfangen. Na, wenn wir schnell sind. Dann nicht. Warte, ich brauch Boxernschuhe. Und den Ohrsaft hier. Da sind Boxernschuhe. Oh, nein. Hier. Oh, kann ich dir nicht geben. Oh, doch. Nein, nicht den Helm. Neh, mich auch. Ich will saufen. Oh, ja, soll dich auch mal. Und nochmal. Und nochmal. Na, jetzt kotzt der. So wer? Ja, ich, weil ich zu viel gesoffen hab. Ach so. Warte, kann sein, dass der jetzt gleich nochmal kotzt. Ja. Ach Mist, hier war da auch ein Speer um die Ecke, ne? Wo? Ist hier nicht so ein Indianerladen? Ja klar, wo die, ähm, hole ich gleich direkt. Äh, sind die bald mal fertig? Wie viele haben wir denn jetzt? One hit wonder. Warte. Ich bin wieder am kotzen. So.